Mein Name ist Ralf Hermsen, ich bin Geschäftsführer der St. Marien Krankenhaus GmbH und wir stehen hier vor unserem Neubauprojekt, dem St. Marien Service. Die ersten Überlegungen zu unserem Neubauprojekt sind über zehn Jahre alt. Wir haben damals schon überlegt, wie wir auf unserem Grundstück die Versorgungsangebote der St. Marien Krankenhaus GmbH sinnvoll ergänzen können. Vor fünf Jahren haben wir diese Planungen dann neu aufgegriffen und zusammen mit unseren Partnern konkretisiert. Das Ergebnis sehen wir heute. Wir konnten 31 Wohnungen des Service Wohnens am Standort realisieren. Und zusammen mit unserem Partner der Caritas im Kreis Mettmann eine Tagespflege und eine Sozialstation im Objekt unterbringen und auch so die Versorgungsangebote im Objekt, aber auch am Standort sinnvoll ergänzen. Das Besondere an unserem neuen Angebot ist, dass unsere zukünftigen Mieter und Nutzer in ihren eigenen vier Ränden selbstbestimmt wohnen bleiben und im Bedarfsfall die verschiedenen Versorgungsangebote am Standort nutzen können. Die Planungsphasen liefen bei diesem Bauvorhaben eigentlich optimal, da der Auftraggeber und wir als Planer eine sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit pflegten und dadurch alle Planungsphasen eigentlich optimal strukturiert haben. Die schönen Wohnungen zusammen mit dem pflegerischen Konzept sind aus meiner Sicht eine zukunftsweisende Form des Lebens im Alltag. Unser Unternehmen ist so ein Traditionsunternehmen am Bau. Wir haben dieses Jahr unser 150-jähriges Jubiläum und machen seitdem Hochbau und seit vielen Jahrzehnten auch schlüsselfertiges Wohnungsbau. Und so sind wir ja auch hier tätig. Ja, der Bau von Wohnen für Senioren, für ältere Menschen, das ist für uns ein viel gebrauchtes Thema in den letzten Jahren gewesen. Also wir haben schon viele Einrichtungen in der Art gebaut. Also im Wohnungsbau haben wir schon sehr viele Erfahrungen gesammelt in den letzten Jahren. Was hier bei diesem Projekt besonders war, war einmal die Gründung auf der vorhandenen Tiefgarage, was schon ein sehr kompliziertes Thema gewesen ist, aber auch die komplexe Haustechnik und was den Wärmeschutz angeht. Ansonsten haben wir von dem Service, also was dieses Service wohnen macht, dieses barrierefreie Wohnen, ist es eigentlich so, dass wir schon relativ viele Objekte so in der Art gebaut haben. Ich bin sehr zufrieden mit dem Objekt. Wenn man sich hier umguckt, wird man wahrscheinlich auch erkennen warum. Wir haben ein sehr nachhaltiges und wohnwertes Gebäude geschaffen, wo ich habe. Ich hoffe, dass die Menschen in den nächsten Jahren glücklich und zufrieden und vor allem auch lange wohnen können. Die 2. Marienkrankhaus GmbH war von ihrer Seite ein, auch zwei gut geführte und inzwischen auch sehr gut renovierte Altenheime. Und als dann die Überlegung war, hier ein Verbindungsglied zu schaffen, in dem Service wohnen für Senioren entsteht und eine Tagespflege entstehen soll, war relativ schnell klar, dass wir das gemeinsam machen und als Caritasverband dann den Teilbereich der teilstationären und rein ambulanten Dienste hier übernehmen wollen. Die Räume bestechen durch ihre Größe, durch ihre Lichtdurchflutheit und einfach eine tolle Einrichtung sowohl zum Wohnen als auch für unsere Tagespflege, als auch für unsere Mitarbeitenden als Arbeitsplatz. In jedem Fall für jeden Bewohner mit der sogenannten Servicekoordination, mit dem Servicepartner Caritas, einen Ansprechpartner hier im Haus. 20 Stunden oder 19,5 Stunden pro Woche ist die Servicekoordination vor Ort, um Bewohner, Mieter zu beraten. Das sind vielleicht Fragen der alltäglichen Lebensführung, das können Behördenangelegenheiten sein oder aber eben auch die Vermittlung weitergehender Dienste, der sogenannte Wahlservice. Was aber auch nicht vergessen werden sollte und auch das gehört zum Grundservice, das ist der sogenannte Quartierstreff. Ein Gemeinschaftsraum, vielleicht könnte man so sagen, der den Mietern zur Verfügung steht und der auch durch die Servicekoordination mit begleitet wird, sodass das Miteinander hoffentlich entsteht, so wie es gewünscht ist und auch an der Stelle dann besonders einen Ausdruck findet.